BICSTONE Industrielle Schalungstechnik Herzlich willkommen! Ich bin Laszlo Gombord, Verkaufleiter der Belotti GmbH und BICSTONE. Das in Ungarn einzigartige Betonschallungssystem bietet eine einzigartige Lösung für das Gießen von modularen Beton-Elementen, die das Design des Baumaterials durch die Verwendung von Schablonen vereinfacht. Das neu entwickelte Betonschallungssystem wird auf den wichtigsten Baumessen in Mitteleuropa vorgestellt. Unser Unternehmen, die Firma Belotti, wurde 1994 auf Initiative der Bräuninger GmbH in Deutschland gegründet und ab dem Jahr 2000, dank einer kontinuierlichen Entwicklung, in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Fußbodenbetonen, selbsttragende G-Flächen, Pflasterbetone, spezialisiert, die nun durch die Herstellung von Konstruktionsbetonen, Bodenplatten, Platten, Industriebel, zu selbsttragenden, Hochplatten und industrietauglichen G-Flächen ergänzt werden. Die Entwicklung ist kontinuierlich. Seit 1997 haben wir fast 200.000 Quadratmeter Beton-Oberflächen pro Jahr produziert, wodurch die Belotti GmbH hat sich zu einem der größten Unternehmen auf dem ungarischen Zement-Estrich-Markt entwickelt. Die von unserem Unternehmen produzierten Beton-Oberflächen werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank!